Hallo, ein Monat lang Tamacan Relax CBD Tropfen plus L-Tryptophan von der Firma Herosan angewendet bei meiner Hündin Cleo. Ich möchte dir erzählen, was ich so beobachtet habe. Zu meiner Hündin Cleo, sie ist eine 6-jährige intakte Labrador Mix Hündin, die ca. 22 Kilo hat. Cleo ist seit 6 Jahren in unserer Familie oder Teil unserer Familie und wir schauen, dass es ihr an nichts fehlt. Das heißt, auslastungstechnisch, alltagstrainigstechnisch, Sozialisierung, also sprich, dass sie mit Freunden regelmäßig unterwegs ist, das ist alles gegeben. Auch die Ernährungskomponente, da schauen wir einfach, dass das alles stimmig ist für sie. Wir schaffen Abwechslung und konzentrieren uns auch auf qualitativ hochwertiges Futter. Ja, Cleo geht grundsätzlich super. Aber, wie es halt so ist, wenn man in einer Beziehung mit einer Fellnase ist, es gibt auch natürlich die schwierigeren Seiten. Und auch Cleo hat so ihre schwierigen Seiten, so wie wir alle. Und ihre schwierigen Seiten sind, dass sie ein absoluter Wirbelwind ist. Alles, was sie tut, macht sie mit vollem Einsatz und macht sie oft mit vollem Einsatz und noch viel mehr. Was ist der Output aus ihrem Verhalten, das einfach ein bisschen schwierig ist? Sie ist extrem. Und alles, was extrem ist, verbinde ich so ein bisschen mit Stress. Der Stress kann positiv sein, der kann aber auch oftmals negativ sein. Und wenn man dann so ein bisschen Ahnung hat und weiß, was Stress hier oben bei uns Menschen, aber auch bei den Tieren so macht, dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie sie vielleicht im Alltag manchmal so reagiert. Und wenn der Stress dann Oberhand bekommt und auch nur einige Minuten, dann passiert es einfach, dass ich mit ihr einfach manchmal, wie soll man sagen, unharmonisch durch gewisse Situationen gehen muss, weil sie mich gar nicht mehr wahrnimmt, weil sie einfach in ihrem extremen Verhalten, dass sie einfach in sich hat, kaum auf Ersatzhandlungen, stattdessen Handlungen oder sonstiges reagiert oder nur sehr schwer. Auch in der Läufigkeit ist es so, dass wir ab und an gute Läufigkeiten erleben, aber ab und an wirklich Läufigkeiten erleben, wo sie sehr unrund läuft. Und das war der Grund, warum ich zu diesen Tropfen gegriffen habe, weil mir an und für sich die Firma sehr zusagt und auch die Qualität das haltet, was sie verspricht. Und ich habe ihr jetzt einen Monat lang diese Tropfen verabreicht, nach dem Essen, nach dem Spaziergang, so zur Zeit, wo sie eh chillt. Und ich muss wirklich sagen, diese Stressstrecken haben sich deutlich verringert und ich bin mega zufrieden. Kann ich nur weiterempfehlen.